Mail-Account einrichten mit Mozilla Thunderbird. Dazu öffnen wir erstmal Thunderbird und klicken unter Konten, Neues Konto erstellen. Da wir keine neue E-Mail-Adresse haben wollen, sondern unsere existierende eingeben wollen, können wir unten links auf Überspringen klicken und die existierende E-Mail-Adresse eingeben. Dazu geben wir hier erstmal unseren Namen ein. Das ist Anleitung. Unsere E-Mail-Adresse, Anleitung.mail.de und unser Passwort. Und klicken auf Weiter. Hier wurde direkt erkannt, dass wir den IMAP und den SMTP-Server haben von Mail.de und dann müssen wir nur noch auf Fertig klicken und das war's auch schon. Und das war's auch schon. Vielen Dank.